Die Sommertour neigt sich wie diese Fahrt dem Ende. Die letzten knapp zweieinhalb Wochen war ich auf Sommertour durch Cyberland und die letzten Stops haben mich zum einen nach Heilbronn geführt. Dort habe ich mich bei den Campus Founders mit H&F Solutions ausgetauscht, einem Start-up, die im Prinzip eine große, intelligente Schnittstelle bauen, damit die ganzen Daten, die bei Bestellungen, aber auch Rechnungen usw. ausgetauscht werden, eben auch immer in dem Format ankommen und rauskommen, wie sie rauskommen sollen und das nicht mehr alles immer händisch übertragen werden muss. Coole Sache, die gerade unseren Mittelstand extrem entlasten kann oder unseren Mittelstand als potenzielle große Kundengruppe hat. Dann war ich noch bei DXC, einem globalen Player, der bei uns auf der RUB in Böblingen sitzt. Heute war ich dann noch in Kratzruhe unterwegs beim DIZ, beim Digitalisierungszentrum dort und wir hatten einen guten Austausch darüber, wie wir nicht nur dafür sorgen können, dass der DSGVO-Fehler nicht nochmal passiert, also nicht alle vor Angst erzittern, nur weil es jetzt klare Regeln auch für KI gibt, sondern dass die Mittelständler, unsere KMUs, den AI-Act als das wahrnehmen, was er ist. Eine klare Weichenstellung, Rechtssicherheit und in sehr vielen Fällen überhaupt keine Einschränkung fürs Ausrollen von KI-basierter Technologie in ihrem Arbeitsalltag. Das war super cool, mit denen zu sprechen, die eben genau das versuchen, das Matchmaking von Innovation und Mittelstand in Karlsruhe auszurollen. Und jetzt, jetzt bin ich wieder zurück, hier in meinem Wahlkreis in Rutesheim, beim Ortsverband von Bündnis 90 Die Grünen, beim Sommerfest hier. Und ich sage erst mal, liebe Cyberland, vielen herzlichen Dank. Krass, was hier alles geht. Krass, was hier alles getüftelt wird. Was an Innovationen auf den Weg gebracht wird, gegründet wird. Und wie hier an der Zukunft gebaut wird und diese vor allem heute schon gebaut wird.